An den Gestaden des wunderschönen Rheintaler Sees liegt das bezaubernde Restaurant, der Brandlhof. Dank hervorragender Küche und einem exzellent bestückten Weinkeller ist der Brandlhof bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie delikate Gerichte aus frischen, saisonalen Produkten. Dank des unvergleichlich schönen Blickes über den See munden die mit Liebe kreierten Köstlichkeiten noch besser. Herrliche Terrassen, urige Stuben und ein großzügiger Saal. Im Brandlhof werden auch Reisegruppen und Festgesellschaften nach allen Regeln der Kochkunst verwöhnt. Direkt neben dem Brandlhof liegt der beliebte Fünf-Sterne-Campingplatz Seeblick Toni. Von Freunden des Landes Tirol ebenso gerne besucht werden der Alpen Caravan Park sowie Tonis Apartments in Aachenkirch am Aachensee. Restaurant Brandlhof von zahlreichen Stammgästen und namhaften Gourmetführern in allerhöchsten Tönen gelobt.